Hi, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit der Spieltagsvorschau Divisional Round. Wir sind also immer noch in den Playoffs. Allerdings diesmal nur, in Anführungsstrichen, vier Spiele. Letztes Wochenende hatten wir noch sechs. Die Woche davor hatten wir noch viel mehr. Aber vier ist besser als gar nichts. Die Woche danach haben wir nur zwei. Die Woche danach haben wir den Pro Bowl auf Madden, I guess. Und danach nur noch ein Spiel. Super Bowl. Heißt, neigt sich alles dem Ende zu? Ich tippe jedes Spiel. Ich habe diesmal keinen Lock der Woche, weil die alle so knapp sind in meinem Kopf. Ich habe richtig Bock drauf. Grundsätzlich sind es nur vier Spiele. Das heißt, ich werde nicht so lange das Video haben. Dummer Satz, das Video wird nicht so lang sein. Aber dadurch, dass es nur vier sind, muss ich mich auch nicht bremsen bei den Spielen. Und ich kann über jedes so lang reden, wie ich will. Als allererstes, vielleicht das Spiel, wo am meisten meine Sympathie mit drin ist, ist LA Rams gegen Green Bay Packers. Denn, für alle, die es nicht wissen, Lions-Fan. Heißt, grundsätzlich kann ich die Packers nicht leiden. Selbst wenn mir Aaron Rodgers dieses Jahr sehr sympathisch geworden ist und ein bisschen ärgerlich ist. Aber trotzdem. Auf der anderen Seite Rams, eins der Teams, was ich mag. Unter anderem natürlich, weil zwei Florida State Größen drin sind im Team. In Cam Elkers. Diesmal habe ich den richtigen Namen gesagt. Letztens im Spieltagsrückblick habe ich ihn entweder einmal oder sogar mehrfach Delvin Cook genannt. Was natürlich ein Frevel ist von mir. Und dann Jalen Ramsey. Das heißt, ich bin sowieso Pro Rams und Kontra Packers. Deswegen wäre es schon cool, wenn die Rams gewinnen. Allerdings soll es wohl sehr kalt werden. Schnee weiß ich nicht. Aber die Kälte ist, glaube ich, zumindest wenn man manchen Quarterbacks trauen kann, schlimmer als wirklich der Schnee. Denn du kannst den Ball abtrocknen letztendlich. Dann ist das nicht mehr so kritisch. Aber du hast trotzdem kalte Hände. Der Ball ist ja auch nicht jetzt irgendwie kälteresistent oder so. Das Leder fasst sich ja auch anders an, wenn es kalt ist. Das heißt, das ist schon mal ein großer Unterschied. Wisst ihr noch, was ich letzte Woche gesagt habe zu dem Rams gegen Seahawks Matchup? Von wegen, das Team ist deutlich besser bei den Rams. Aber der Quarterback. Das Problem ist, wenn man jetzt Packers einfach 1 zu 1 mit den Seahawks vergleicht, vom Quarterback sind die Packers definitiv nicht schlechter. Du hast zwar bei Aaron Rodgers nicht primär dieses Mobile drin, auch wenn er natürlich rennen kann. Viel besser, als man denken würde, wenn man ihn einfach nur so sieht. Aber in der Pocket, von den Würfen her, von der Intelligenz her oder sowas. Ich weiß nicht, ob es da Seahawks-Fans gibt oder wenn, dann vermutlich nicht viele, die sagen würden, dass Russell Wilson da über Aaron Rodgers ist. Das heißt, Quarterback mindestens so gut wie das, was sie letzte Woche gesehen haben. Plus, Russell Wilson hat da eine schlechte Tagesform. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Defense der Rams sehr gut war. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass Aaron Rodgers auch jetzt da ein schlechtes Spiel hat. Plus noch dazu, Roster-Vergleich würde ich schon sagen Packers über Seahawks. Das heißt, Rams spielen jetzt gegen ein besseres Team mit einem besseren Quarterback. Nicht besser als die Rams an sich. Ich meine, besser als die Seahawks mit einem besseren Quarterback. Als die Seahawks, den hatten letzte Woche zumindest. Das heißt, es wird ziemlich eklig. Nächste Sache, die Kälte Quarterback. Du hast auf der einen Seite Jared Goff, der halt jetzt dreifach sozusagen Schaden hat. Oder Schaden ist ein bisschen übertrieben jetzt vielleicht, aber Nachteil hat. Erstens, ist er sowieso nicht ansatzweise so gut wie Aaron Rodgers. Beziehungsweise, ich mag ihn generell nicht wirklich als Quarterback. Zweitens, California Dude spielt in L.A. Das heißt, der hat nicht so wirklich Schnee- und kalte Wettererfahrung wie Aaron Rodgers. Das heißt, das wird auch ein großer Negativpunkt sein. Ich glaube, der wird sehr, sehr struggeln in dem Spiel. Drittens, Daumen-OP ist echt noch nicht lange her. Und das ist nicht cool, selbst wenn es gut geklappt hat in dem Spiel. Also, das sind alles Negativpunkte für die Rams. Das Ding ist, einfach vom Schema her, sind die Rams eigentlich das Team, dem die Packers eigentlich um alles in der Welt aus dem Weg hätten gehen sollen, wenn sie es dann hätten aussuchen können. Denn wenn die Rams was gut machen, dann ist es das Running Game von den Offensiven. Und wenn die Packers über die letzten zwei Saisons irgendwo mit Problemen hatten, dann ist es das Running Game. Das heißt, der Sieg zum Weg. Der Weg zum Sieg für die Rams ist auf jeden Fall, alle Running Backs, die die haben, so viel benutzen, wie es geht. Selbst im Passing Game auf jeden Fall alles kurz halten und versuchen, die Packers zu zermürben. Wenn das Running Game gut funktioniert, wenn die Line, die O-Line der Rams, die D-Line der Packers dominieren kann, dann könnte das ein ganz, ganz langer Tag sein für die Packers. Da müssen die Offensiv auf jeden Fall immer scoren, ansonsten wird es problematisch. Das Ding ist aber auf der anderen Seite, einfach dadurch, dass ich Jared Goff nicht so respektiere wie andere vielleicht, ich denke, du musst ihn auch nicht so respektieren, wie du vielleicht andere Quarterbacks respektieren müsstest, dadurch könnte es der Gameplan sein, von den Packers den Lauf zu stoppen, einfach mit Körper, die Box vollladen und dahinter der Coverage vertrauen. Und du hast halt mit Jay Alexander zufällig auch einen der besten Cornerbacks der NFL im Team. Sehr athletische Secondary. Wenn das funktioniert, dann zwingst du quasi die Rams dazu, über das Passing Game zu kommen und du zwingst quasi die Rams dazu, das Spiel in die Hand von Jared Goff zu geben oder in die Hände von Jared Goff und das wäre, glaube ich, ein extrem großer Nachteil. So würde ich es vermutlich machen, wenn ich Defensive Coordinator wäre bei den Packers. Ne, warte, wenn ich Defensive Coordinator wäre bei den Packers, dann würde ich alle woanders spielen lassen. Cornerbacks wären die Tackles, die Tackles sind Safeties, damit die Packers das Spiel verlieren. Aber pscht, falls ich mal eingestellt werde, sagt es denen nicht. Ich denke, die Packers gewinnen. Ich denke, der Vorteil ist zu groß. Ich denke, Aaron Rodgers ist zu sehr drin. Und ich denke, die Kälte wird den Rams richtig zu schaffen machen. Nächstes Spiel, Ravens-Bills. Vielleicht habe ich da, ich glaube, da habe ich am meisten Bock drauf. Also auf jeden Fall muss man sagen, Samstagsspiele, Sonntagsspiele. Auch wenn natürlich alles cool ist, weil es die Playoffs sind. Aber die Samstagsspiele sind viel geiler für mich. Am Ende sind die Samstagsspiele beide in der ersten Hälfte schon entschieden. Aber egal. Wir haben die Ravens 11-5 gegen die Bills 13-3. Ich habe, als ich die Grafik erstellt habe und als ich darüber nachgedacht habe, was ich hier sage im Video, ungefähr fünfmal hin und her überlegt, auf wen ich tippe letztendlich. Das heißt, das ist für mich wieder so ein klassisches 50-50-Game. Ravens kommen aus einem sehr überzeugenden Sieg raus gerade. Und die Bills nicht wirklich. Ich habe im Spieltagsrückblick zwar gesagt, verdient gewonnen. Da stehe ich auch zu. Ich würde aber trotzdem sagen, dass die Colts im letzten Spiel besser waren. So, das Problem bei den Bills ist, dass die offensiv ähnlich aufgebaut sind wie die Chiefs und einfach extrem schnell scoren können. Das heißt, du hast die ganze Zeit ein Low-Scoring-Game, Low-Scoring-Game auf einmal, bumm, bumm. Zwei Drives sind dann anders, scoren die 14 Punkte weiter vor. So, die Defense der Bills ist sehr gut drin. Trey White spielt, out of his mind. Auf der anderen Seite, die Ravens-Defense hat aber gerade einen extrem harten Task gehabt. Wenn es darum geht, die Titans zu stoppen, haben es gut gemacht. Und die spielen momentan wie eine Top-3-Defense in der Liga. Das heißt, es wird ein Problem sein für die Bills. Gerade die aggressiven Cornerbacks, wenn die an der Line physisch werden können gegen Cole Beasley nicht wirklich. Der wird denen höchstwahrscheinlich in den Slot wegrennen. Aber wenn die Stefan Dix zum Beispiel ein-, zweimal ärgern können, dann könnte das kritisch sein. Passrush auf Josh Allen, vielleicht macht Josh Allen ein-, zwei Fehler. Ich sehe den Sieg der Ravens durch die Defense gehen. Das heißt, wenn die schaffen können, die Bills unter 20 Punkten zu lassen, dann traue ich es der Ravens-Offense vermutlich zu, über 20 zu machen gegen die Bills. Gerade wenn Lamar ein-, zwei Lamar-Momente hat, MVP-Momente. Ich kann kommen sehen, dass die Ravens gewinnen. Aber, ihr wisst, ich bin vor 5, 6, 7 Wochen ungefähr auf dem Bills-Zug aufgesprungen. Und ich bin immer noch auf dem Bills-Zug. Die Offense unter Brian Daybolt spielt extrem gut. Brian, manchmal sage ich die richtigen Namen, die kommen mir dann falsch vor in dem Moment. Das ist nervig. Die Offense unter Daybolt spielt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Josh Allen hat eine seiner stärksten Saisons. Du hast ganz, ganz viele weit offene Würfe, aufgeschemte Würfe, was ein bisschen aussieht wie College, wenn da auf einmal so viele, nicht so viele, aber Leute so weit offen sind. Die Defense, wie gesagt, sehr, sehr bissig. Ich denke, das Running Game ist ein bisschen nebensächlich. Vielleicht können sie ein bisschen mehr designtes Zeug für Josh Allen reinbringen. Das würde ich cool finden. Ich glaube, das könnte die Ravens auch auf dem falschen Fuß erwischen. Halb Train. Ich tippe auf die Bills. Browns at Chiefs. 21 Uhr am Sonntag oder kurz nach 21 Uhr. Das ist tatsächlich größter Spread, größter Unterschied, größte Wettfavoriten sozusagen, sind die Chiefs vom Wochenende. Die sind 10 Punkte Favorit. Ansonsten, die Ravens- und Bucks-Spiele sind beide bei 3 ungefähr. Ich glaube, pro Bills und pro Saints und Green Bay ist knapp unter einem Touchdown-Favorit. Also, ich glaube, 6 oder 6,5 Punkte. Nur damit ihr das so im Kopf habt, was die Wettmacher sozusagen als Favoriten einschätzen. Ich denke, das Spiel wird auch relativ eindeutig. Ich denke schon, dass die Browns dazu in der Lage sind zu scoren. Ich denke, dass die ihr Running Game drin haben werden im Spiel. Besser sogar als letzte Woche gegen die Steelers. Aber ich denke nicht, dass die Browns-Defense wirklich konstant die Chiefs-Offense ärgern kann. Ich glaube, die Chiefs werden mindestens 28 Punkte machen in dem Spiel. Und ich sehe nicht kommen, dass die Browns-Offense mindestens 28 macht. Deswegen tippe ich auf die Chiefs. Kann ich ja jetzt schon mal sagen. Ich habe bis jetzt immer so gesagt, okay, was ist der Weg zum Sieg? Ich glaube, für die Chiefs muss ich nicht großartig was sagen. Ich glaube, die Defense ist relativ irrelevant. Wenn die offensiv einfach die klassischen Chiefs sein können, dann funktioniert das. Browns Weg zum Sieg. Ich glaube, ganz alleine wird es schwer. Die müssen auf ein paar Fehler von den Chiefs hoffen. Mahomes ist ein Ganzlinger. Das wurde jetzt die Saison wieder gesagt von der EU. Der hat die meisten gedroppten Interceptions. Er ist ein Ganzlinger. Ganzlinger ist ein kleiner Fachbegriff für wen der wirft einfach. Aber wisst ihr, da ist nicht viel mit, uh, hier lesen, dies, das und vorsichtig und da. Er sieht, wen der fast offen ist oder ansatzweise offen ist. Nämlich, bam, und wirft den. Manchmal passieren dann halt komische Sachen so. Brad Favre, viele Interceptions gehabt immer. Ganzlinger, letztes Jahr James Winston, viele Interceptions gehabt. Und Patrick Mahomes könnte das halt auch mal erwischen in einem Spiel. Vielleicht hat er mal in einem Spiel zwei Interceptions, drei Interceptions. Vielleicht hat er nur eine und von irgendwem kommt noch ein Fumble dazu. Kann immer passieren. Denn Chiefs Receiver und Travis Kelsey nochmal eingeschlossen haben auch Tendenzen gezeigt, teilweise relativ streaky zu sein. Also, wenn es darum geht, schlechte Hände zu haben. Streaky übersetze ich jetzt einfach mal, dass es quasi nicht ausgewogen ist. Sagen wir mal, von 100 Bällen fängst du 90. Dann ist es nicht, du fängst immer 9 und dann droppst du ein. Dann fängst du wieder 9 und droppst du ein. Sondern, dass es streaky ist. Das heißt, du hast die hintereinander. Ist total schwer zu übersetzen. Das heißt, zum Beispiel fängst du 30 und dann droppst du 10 hintereinander. Und dann fängst du die restlichen 60 oder sowas. Wenn also so eine Phase gerade erwischt wird, ich hoffe, ihr habt mich verstanden, wenn nicht, dann tut es mir leid. Das heißt, wenn Travis Kelsey zwei Drops hat, dann hat vielleicht Robinson zwei Drops. Dann kommt, keine Ahnung, Tyreek Hill und droppt ein Touchdown. Zusätzlich dann die hypothetische Interception von Patrick Mahomes. Dann vielleicht der Thumball von irgendjemandem. Sowas sind Fehler, die, glaube ich, passieren müssen, damit die Browns das Spiel überhaupt gewinnen können. Wenn die relativ schnell vorne sind, wie gegen die Steelers, dann können die das theoretisch mit ihrem guten Running Game kontrollieren. Problem, anders als die Steelers sind die Chiefs eine sehr, sehr gut funktionierende Offense. Das heißt, wenn dann in den Momenten die Fehler vielleicht wieder abflachen oder sowas, wenn die dann ins Rollen kommen, dann können die halt, was ich eben bei den Bills meinte so ähnlich, einfach scoren, scoren, scoren und sind auf einmal wieder dran. Du weißt nicht, was da gerade passiert ist. Ich denke, das ist ein ungünstiges Matchup für die Browns. Secondary und ich denke, die Chiefs gewinnen. So, letztes Spiel, Buccaneers Saints. Ich habe bisher immer auf den höheren Seed getippt. 11-5 Buccaneers, 12-4 Saints. Erste, was zu sagen ist, ist ein Divisional Matchup. Das heißt, die haben schon zweimal gegeneinander gespielt dieses Jahr. Beide Spiele haben die Saints gewonnen. Das eine davon war in Woche 1. Da habe ich selber auch gesagt, lass uns das noch nicht so heftig zählen. Das ist nicht so wichtig. Das zweite Spiel war, glaube ich, in Woche 8 oder so. Also, relativ in der Mitte irgendwo. Vielleicht auch ein bisschen später. Und da haben die Saints die Buccaneers weggeklatscht. Das war 38-6, 38-3 und sowas in dem Dreh. Also, wirklich dominant gewonnen. Ich glaube, die Buccaneers gewinnen. Ich tippe auf die Buccaneers. Man braucht ja auch mal einen Risikopick drin. Die Buccaneers sind relativ gut drin. So, die letzten Spiele in die Playoffs reingehen, haben sie alle überzeugend gewonnen, gut gewonnen. Gegen das Football-Team echt gestruggelt. Wer dazu noch genauer was hören will, guckt euch den Spieltagsrückblick von letzter Woche an. Mit Jan Ramsey im Thumbnail. Das findet ihr bestimmt. Da habe ich genau über dieses Spiel relativ lange geredet. Die Saints haben gestruggelt gegen die Bears. Offensiv zumindest. Defensiv nicht wirklich. Aber offensiv war das ganz, ganz traurig mit anzusehen. Da war nicht viel Kreativität drin. Was natürlich auch immer sein kann, weil sie wussten, okay, das wird vermutlich nicht unser schwierigstes Playoff-Spiel. Das heißt, wir hauen jetzt hier nicht die ganzen krassen neuen Plays raus, damit wir die dann die Wochen danach nicht mehr benutzen können. Denn es wird ja alles gescoutet, logischerweise. Sondern wir heben uns ein paar davon auf. Das könnte immer sein. Aber sowas kann ich nicht reindeuten. Das kann ich nicht berücksichtigen. Kann ich sagen, oh, das ist vermutlich so. Also ich muss die Saints so nehmen, wie das, was sie mir gezeigt haben gegen die Bears. Und das war einfach echt nicht gut genug offensiv. Ich glaube, ja, du kannst einen guten Tag haben gegen die Buccaneers. Aber da sind zu viele Waffen drin. Und da ist Tom Brady drin. Playoff-Erfahrung spielt auf jeden Fall eine Rolle. Klar ist sie auf der anderen Seite auch mit Drew Brees. Aber Drew Brees hat auch schon deutlicher gezeigt, dass er auf dem Weg nach unten ist, als Tom Brady bisher. Weil Tom Brady sind dafür die Spuren noch nicht so wirklich da. Ich denke, damit die Buccaneers gewinnen, müssen die mit ihrer Defense Druck machen. Auf Drew Brees. Normalerweise ist es kein gutes Mittel gegen die Saints. Und kein gutes Mittel unbedingt gegen erfahrene Quarterbacks, weil die meistens eine Lösung dafür haben. Ich habe aber auch gesehen dieses Jahr über, dass die Balls-Defense von den Buccaneers einen sehr, sehr guten Job macht, die Hotreads wegzunehmen. Das heißt, du blitzt und nimmst zufällig, oder nicht zufällig, aber zusätzlich, das ist das Wort, was ich gesucht habe, den ersten Check dann auch weg. Hotreads, normalerweise, wenn es ein Blitz ist und das Team identifiziert ist post-snap, also nachdem der Ball gerade gesnapt wurde, dann hast du meistens einen Spieler, der hot ist. Das heißt, der weiß, okay, der Ball kommt jetzt nicht erst, wenn ich meine Route gelaufen bin, sondern er kommt eventuell direkt zu mir raus. Und häufiger, gerade in dem Spiel gegen die Packers, was die Buccaneers-Defense ja so dominiert hat, häufig haben sie das dann wegnehmen können. Das wird bei den Saints halt häufig entweder Michael Thomas sein auf was kurzen oder in den meisten, oder nicht in den meisten Fällen, aber in häufigen Fällen, in vielen Fällen ist es der Running Back. Das heißt, Kamara kann es natürlich auch sein. Zufälligerweise halt zwei der besten Spieler in der Saints-Offense, aber wenn man das irgendwie in den Griff kriegen kann, dann glaube ich, die Saints-Offense wird einen ganz, ganz schwierigen Tag haben. Auf der anderen Seite, ich sage, die Saints gewinnen, wenn sie andere Leute reinkriegen. Das heißt, wenn du Tight End 1 oder Wide Receiver 2 bis 3, wenn du denen irgendwie ein dickes Spiel gibst, dann denke ich, sie können gewinnen. Ich bezweifle, dass es ein Spiel wird, wo entweder Michael Thomas oder Ivan Kamara dominieren und das dann reicht. Ich denke, das wird nicht genug sein, beziehungsweise ich denke, darauf sind die Buccaneers zu gut vorbereitet. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Spiel wird, deswegen tippe ich auf die Buccaneers, wo man dann am Ende als Saints-Fan sagt, ja toll, wir haben zwei von drei Spielen gewonnen, aber genau die beiden unwichtigen am Ende. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass die Saints gewinnen. Bei das Browns-Spiel mal ausgeklammert, da wäre ich schon ein bisschen überrascht, wenn die Browns gewinnen. Bei allen anderen kann ich mir letztendlich alles vorstellen. Rams auch, da wäre ich überrascht, ein Ticken, aber die anderen Endspiele sind beide nahezu 50-50. Deswegen leider wieder die späteren Spiele, die so cool sind. Aber ich meine, ich gucke sowieso alle und ich nehme an, viele von euch gucken zur Zeit sowieso auch alle Spiele, egal wie spät es ist. Alles klar, das war es mit der Spieltagsvorschau. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, zum Beispiel dann Spieltagsrückblick, wenn die Spiele durch sind, dann abonniert einfach, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.